Ich habe Shimtex entführt, bedroht und eine Mauer gebaut. Und zwar spielen wir zu zehnt auf einem Minecraft-Server und ich werde mies behandelt. Ich hätte zu viel Platz, betreibe Massentierhaltung, Sklaverei und werde bald sowieso enteignet. Obwohl ich das alles für die Gemeinde gemacht hatte. Deshalb habe ich Heize und Ulti dazu geholt und wir haben uns heimlich diese riesen Base hier aufgebaut, alles für diesen einen Tag. Wir haben den Inselpräsidenten Shimtex in eine dunkle Gasse gelockt und mit Minecarts entführt. Da hat er natürlich dann freiwillig einen Vertrag unterzeichnet, der uns einige Rechte zusichert. Massentierhaltung wird ausdrücklich erlaubt. Daraufhin haben wir eine riesen Mauer um ein Grundstück gebaut und werden als Rache die Insel immer weiter übernehmen. Hashtag Mauer-Manno. Ganz klar.